Hallo liebe Leute, ja, das ist wieder der Baro. Ne, ich dachte mir, wir kommen auf mein zweites Konzert-Level. Vor allem jetzt fest, du gewiss es ja, mein Fail damals. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß und ein bisschen viel. Weil das Level schon ein bisschen schwieriger, muss man sagen. Aber ich gehe davon aus, dass es ihr schon schaffen werdet. Und ja. Vor allem der Zielspunkt ist es wirklich das Schwerste, ja. Und dann einfach hier oben weiter, in Ruhe. Ja. Also das schafft ihr alle, ja. Alle haben einen Paten. Ich bin auch schon auf eure Rekorde wieder gespannt dann. Ja, ich muss mich selbst gerade ein bisschen konzentrieren. Weil es ist ja doch nicht so übermäßig, wie ihr seht. Wie ihr seht, aber es ist Geduldzeit. Und dann, also. Andere würde ich wieder sagen, das ist ja schon drecksinfekt, wie nervig aber. So ist es eben. Arribi Leute! Das sind wir wieder. und sonst werden wir zählen und hier dann mit der ID, dass ihr es dann auch seht ich schneide dann das Level ein bisschen zusammen hier dann nochmal die ID und viel Spaß dann beim Zocken ok, also viel Spaß und bis zum nächsten Mal orabaloo und bis zum nächsten Mal orabaloo Servus und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal